Ich hab die ganze Zeit auf die fucking Wand geguckt, ne? Bis ich gecheckt hab, da hinten steht einer. Echt? Ja, ich hab die ganze Zeit auf die Wand geguckt. Ich hab dich zuerst gesehen. Oh, Leute. Da ist man. Was? Oh, Leute, du bist ein Gegner. Ich dachte, du wärst eine Statue. Ich dachte, das wär eine Statue. Nee, habt ihr nicht gesehen. Ich hab den komplett ignoriert. Erst auf, darf ich mich jetzt hier rein? Ach, hier kann ich mir vielleicht nicht. Entschuldigung, ich glaub nicht. Fick dich schwer. Ich glaub, das ist irgendwas. Das ist aber, hier ist so ein Pfahl. Das ist grundsätzlich erstmal gut. Naja, das ist nur so ein Herbeirufungs-Server. Server wahrscheinlich. Ich öffne mal irgendwas raus. Oder? Kann ich das öffnen? Von einem Gerät versperrt. Da oben ist wieder so ein... Da guckt dieses Gargoyle-Ding, da hat's grad geladen. Dann könnte ich... also, okay. Entweder, ich will grad sagen. Entweder... Hallo. Ich kann nicht angreifen. Ich hab... Ach, weil ich die Nachricht hatte von einem Gerät versperrt. Pfeiler. Pfeiler. Sieh, Chris. Du, der ist aber gerade kassiert. Die Magen! Schaden! Oder? Ja, an der Wand, an der Wand, an der Wand. Wo? An der Wand! Hä? Digga, geradeaus an der Wand! Ja! Du warst ein Gegner, oder was? Ja, Digga! An der Wand! Achtung! Oh, ja! Oh mein Gott! Ich dachte... Oh! Ich dachte, du meinst, ich soll dir was plündern oder so. Genau, auf ihn. Mach mal einfach alles, keine Ahnung. Kannst du den Baum hauen? Nein, das ist hinter dir. Hinter dir. Hilf uns aus, Kali. Da! Es muss... Den mal den orangenen Busch da. Fick den mal einfach. Der sieht schon so scheiße aus. Ja, der ging auch genau durch. Ja, das ist definitiv der. Ja. Stopp pretending, du kannst mich nicht sehen! Nein! Nein! Ah, komm mal! Abbrillen versuchen! Wow! 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 Ja, das ist auch ein mäßlicher Vogel. Ja, das ist auch ein mäßlicher Vogel. Du hast mich in einem Baum gebrannt. Du hast nur den Spell, nicht wahr? Danke. Der Name ist Bock. Ich wurde aus der Kaube gebrochen. Ich wurde nicht zurückgekommen. Nicht immer. Dann kam ich als ein Baum. Geile Lebensstory. Was? Was? Ein Pilz! Ein Pilz! Oder... Aber... Wenn du wirst noch ein paar Zeit warten kannst, dann könnte ich zurück in die Kaube und etwas von realer Wert bringen. Dann wäre ich mit dir echtem Verwendung. Ich denke. Oh ja. Ja, du auch! Ja, tschuldigung! Das war... Da war ich jetzt bei Dix-Pumps. Star Wars. Da ist nämlich... Viererckhauen. Ey, der ist zu schnell. Da... Oder ich zu langsam. Sagen wir es so. Oh, der hat mich voll noch erwischt. Nee, der ist die Kiste jetzt. Oh, da ist sie. Hart! Boah, schön! Oh, da hat er am Krieg. Oh, Mann. Flucky, du hast nichts mehr zu kriegen. Boah, du kriegst's! Du hitt, Juggel! Drück drauf! Erli, drück auf die Two! Jawohl! Alter Schwede! Boah! Ey, als ob der... Als ob der grad... Ja, ja! Vor allem, der gibt mir keine Flasks! Flasks! Spiel zu... Bonfire? Ne, eben nicht! Dann spawnt den Typ da auch wieder! Ja, wirklich. Ja, das war jetzt natürlich Schieterei, dass die anderen beiden... Komm, schoß drauf! Dann spawnt den Typ. Oh! Und dann spawnt den Typ. Dann spawnt den Typ, der Typ. Und dann spawnt den Typ. Und dann spawnt den Typ. ein paar Euro ja es ist okay ich hab's ja auch ganz doll lieb Laufgritz genau so ich hab Ausdauer aber wohin egal lauf einfach ah wichtig Schiri weiter 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 ist egal weiter ja da ist gut da ist Licht du kannst auch ein Pferd holen ich will Licht nein brauchst nicht du kannst nicht mal war das knapp Junge Junge Sieg auf ganzer Linie alter Schwede geiler Scheiß oh Bruder vielleicht komm ich aber das hatte bock auf dich das hatte richtig bock auf dich Digga was kommt mit Katzen ja wir mit unserem Unterhemd da geil was was ich glaube ich ist schnell ja die 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 Es ist zuerst irgendwie so zwei Projektionen zu kommen Der ist groß Yo! Das sind die zwei Projektionen Ja, was? Ja, jetzt gehts weiter Wir haben ja gesehen, wie es richtig war Der muss vielleicht so richtig elegant gemacht werden Das sind die gar nicht wie Und der muss halt immer genauer, wenn er ausweist ist Ist doch zu früh Ey, warum hast du auf einmal ein zweites Schwert? Ui Ey, der kann das als Nahkampf Und als Fekker gesessen Ja, ich hab's zu lassen Der hat die Relebarung Das ist noch zu früh Und ich bin tot Jaa, wahrscheinlich Jaa, wahrscheinlich Jaa, wahrscheinlich Nein! Das ist doch nicht so Ja, nicht, oder? Ich glaub, da müssen wir den wie zuvor erledigen, Alter Halt dein Maul Halt dein Maul Da sitzt wer Hallo! Hallo! Die Tollten Kann ich sein, ne? Die stalkt uns, Alter Kann ich sein, oder? als er hat und ich war das für dich, von torrents vor dem master. Die haben vier Arme. Ach man. Irgendwas macht hier hinten die Geräusche. Die Spirits werden deinem Kommand, aber kurz. Als sie die Krieg bezeichnen, dann ist es dein. Oh nice, wir können jetzt Geister rufen. Bin, kämpfen. Ey, Kollege, ich wollte leveln! Entschuldige mich. Ich habe dich testet, um zu sehen, ob oder nicht Grace wirklich dir guidet. Und, ob du fit bist, um die Herausforderung, die enttäuscht hat. Es scheint, dass alle meine Wörter nicht gefunden wurden. Torrent hatte deine Mischung vom Anfang. Ich habe mich nur mitgegen, aber nur mitgegen. Aber noch eine andere Sache, die ich dir, um zu tun zu tun. Ich kann dich auf die Rundtabel Halle, die die Schwerpunkte zu tun. Die Schwerpunkte zu tun. Die Schwerpunkte zu tun. Die Schwerpunkte zu tun. Lass meine Hand auf dir auf, für nur einen Moment. Du, bitte, ich kann sie nicht lesen. Deine Finger, bitte, deine Finger. Oh, Gott sei Dank. Lass auf die Grundlage des Golds. Das ist ein Raya-Yukai. Glätschend. Und die halben Präsenten auf dem großen Licht. sich in einem großen aufzug im abend ich wollte ich jetzt nicht gut unterbrechen ich dachte wir probieren es nicht direkt einfach am anfang spawnen lassen und dann auf flaske wechseln jetzt hast du zumindest eventuelle hilfe also schadenstechnisch sieht das besser aus auch klein dann kriegen wir nicht fertig Oh jetzt, jetzt schnell! Hammer! Oh, saufen, saufen, saufen! Ja, ich muss aufweich, ey! Ja, aber jetzt ist es definitiv machbar, vor allem auch mit der Hilfe der Wölfe. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich hoffe, es ist richtig fast. Oh, shit. Ja, diese... Hallo. Ja, ah, wot? Ich hab danach nicht mehr gedrückt! Oh, okay. Boah! Nein! Ja, ich bin ganz... Darf, würd ich sagen. Aber ich war doch da. Boah, was mach ich denn da? Ich glaub, ich hab einfach drei Tränke komplett verwirrt genommen und dadurch... Oh mein Gott, ey! Okay. Ja. Die goldenen sind echt ein Abwrack, Alter. Ja, die sind so schnell! Ja, die sind so schnell! Ja, aus! Haha, ist das scheiße! Boah! Ey, ich wähle die nicht aus, ich trinke zweimal, mein... Was? Was? Was war das jetzt?! Das hat er vorher noch nie gemacht! Junge, Junge! Ich bin tot! Ja! Oh, ich hab doch grad getrunken, Mann! Zauber! Der ist so witzlos, Alter! Einfach so witz nach oben! Du kannst ja nicht mehr zum Aufstehen, wenn du einmal drin bist! Also du darfst keinen starken Schlag fressen! Also der von unten nach oben ist okay! Oh, nein! Ich hätte erst weg-tumpeln sollen und dann trinken! Ach, scheiße! Ja, ich save! Ich war in der Rolle, Kollege! Wiehst du? Ha! Schade, Mann, Alter! Das war richtig gut! Das war... Bis zum unteren Brille war das gut und dann... Ausgemacht! Ich sag nicht, was ich falsch mache! Ich... Ach, Mann! Junge, beim ersten von diesem Querschlag wollte ich einfach mal wieder trinken, schnell auszuweichen! Wie kann man denn so ein kleines Gehirn haben? Das ist ja ein Wahnsinn! Hä? Hä? Boah! Ja! Oh, der passt so weit aus, Digga! Ja! Oh, Mann, Alter! Ja! Ja, ne, gut! Dann, dann, dann! Hä? Hä? Hallo, Junge! Ah, ich verlesse, guck! Uuuuuh! Junge, wie viel willst du denn werfen? Junge, wie viel willst du denn werfen? Wenn wir mal geradeaus da drauf kommen. Vorsicht, da kannst du jetzt nicht... Oh, Schütze, stopp! Hier, stopp! Oh, nein! What the fuck? Wieso kann ich nicht angreifen? Ach, weil... Diese scheiß Nachricht noch da war... Frag nicht, Chris! Soll doch mal gucken, was es hinter der schönen Tür gibt. Stimmt nur, gut... Ja, die zwei Statuen, die sehen auch richtig eine andere aus. Oh, guck mal, ist ein Boss! Weißt du, welcher da kommt? Absolut nicht, ich weiß nur, dass es ein Boss ist. Wand ist immer Boss. Oh, sieht ja! Musik hört sich auch gut an, ja. Das sieht sehr langsam aus. Ich fähr jetzt... Das sieht doch nicht anders gut aus. Ohloh! Ja, easy! Junge, aber die hab ich schon weggeschallert. Schallert, Alter! Aber guck mal, die hält ja kaum was aus. Die macht... Das macht Schaden. Aber guck mal, wie viel Schaden sie haben. Lass heute zur Seite. Warte. Schöner Losch. Ja, draufbauen, draufbauen! 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 Tricken! Ja, ja, ich wollte erstmal in Sicherheit gehen, Junge. Dann hast du ja eben schon die ganze Zeit verkackt. Kann ich jetzt aufhören? Ja, ohne Rüge nicht auf Verluste! Ja, ohne Rüge nicht auf Verluste! Ja! Ein noch! Ja, okay, der war ja da, was denkst du schon. Nice! Nice! Ja, ich glaube auch gut sind, können wir fast direkt noch machen, Lavin. Oh ja. Was ist so eine Quelle-Area da oder was? Oh ja. Ich hab das Gefühl, der mag uns nicht, oder? Jetzt kann ich nämlich auch kämpfen. Ich glaub, der macht nix. Oh! Doch! Ich hab mal gesperrt. Dann hab ich noch drei Damage. Oh! Soll ich nicht los? Ah da! Wieder los! Spelz! Oh! Oh!